Was geht ab mein Name ist André Soto, willkommen bei Sotography und heute folgt wieder ein cooles Photoshop Tutorial in dem ich dir zeige wie du Text oder deine Logos in Holz reinschnitzt oder auch andere Materialien. Jetzt geht es auch schon los, viel Spaß beim zuschauen. Ich habe hier mein Bild schon mal geöffnet und das erste was ich mache, ich werde mir erst mal einen Text reinschreiben und dazu schreibe ich jetzt einfach Isotography. Cool, das ist jetzt ziemlich klein, ich werde das ganze einfach mit STG und T kurz vergrößern. So sieht das ganze schon auf jeden Fall besser aus. Ok und wenn wir jetzt mit gedrückter STG Taste einmal auf unsere Ebene klicken, dann sieht man es wurde ausgewählt. Das funktioniert mit jeder Ebene, wenn du eine Ebene hast auf der zum Beispiel ein Text oder ein freigestelltes Objekt ist, dann kannst du auch mit STG Taste dieses Objekt auswählen und sobald du diese Auswahl hast, gehe ich wieder an meine Hintergrund Ebene und werde mir jetzt mit STG und J eine Kopie davon erstellen. Jetzt kann ich meine Textebene ausblenden. Was wir sehen? Wir sehen gar nichts, aber sobald wir jetzt mit Alt Taste einmal auf die Ebene klicken, somit sehen wir was eigentlich auf dieser Ebene vorhanden ist. Und wir sehen wir haben uns eine Auswahl von unserem Textebene gemacht. Das heißt wir haben jetzt aus unserem Hintergrund Bild einmal unseren Text nochmal als dieser Hintergrund hervorgehoben. Was wir damit jetzt machen können? Wir können das jetzt zum Beispiel verschieben, sieht ein bisschen crazy aus oder wir können auch doppelt klicken auf die Ebene und man sieht hier zum Beispiel abgeflaggte Kante und Relief. Oh, das sieht jetzt auf jeden Fall mal cool aus. Das sieht jetzt so aus, als würde uns Isotography nochmal so rausgestempelt. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, aber man kann auch zum Beispiel Schatten nach innen nehmen. Somit bekommt man das Gefühl, als würde sich diese Schrift nochmal reingeschnitzt in das Holz. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Was man hier beachten sollte, ist halt der Winkel von dem Licht. Und wir sehen hier auf den Händen, dass das Licht eigentlich so von vorne kam. Das heißt wir werden unseren Winkel hier auch so einstellen, dass das Licht von vorne kommt. Wenn wir das anders hinstellen, sieht das Ganze irgendwie nicht ganz echt aus. Okay, so finde ich das ganz gut. Man kann hier auf jeden Fall noch mit der Deckkraft ein bisschen spielen. Mit dem Abstand kann man gerne spielen. So sieht das jetzt aus, als wäre da wirklich ein richtig weites Loch. Aber das brauchen wir nicht. Wir werden das so bei 9 Pixel belassen. So finde ich das eigentlich ganz cool. Jetzt drücke ich auf OK. Was wir jetzt machen können, wir können zum Beispiel jetzt auf Tonweltkorrektur gehen und uns ein bisschen mehr Kontrast in unsere Schrift reinbringen. Aber man sieht das Ganze wirklich auf das ganze Bild aus. Damit wir jetzt nur unsere darunter liegende Ebene aktivieren mit diesem Tonweltkorrektur Effekt, werde ich mit gedrückter Alt-Taste einmal zwischen den beiden Ebenen klicken. Somit haben wir jetzt einen Fall bekommen und unsere Tonweltkorrektur wird jetzt eigentlich nur auf die darunter liegende Ebene, also auf unseren rausgeschnitzten Text angewendet. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen aufhören. Hier ein bisschen abdunkeln, somit habe ich ein bisschen mehr Kontrast reinbekommen. Und dasselbe werde ich noch mit Farbton und Sättigung machen. Ich werde ein bisschen die Sättigung rausnehmen, aber man kann wie gesagt hier mit gedrückter Alt-Taste nochmal so ein Clipping Mask draus machen. Und wenn ich jetzt die Sättigung hier erstelle, dann sehen wir, dass es sich nur auf die Schrift auswirkt. Man kann natürlich hier nochmal die Schriftfarbe ändern, wenn man es möchte. Aber das ist jedem überlassen. Mit dem Blau sieht das gar nicht mal so schlecht aus, aber es ist ein bisschen unrealistisch, da das Holz ja schon diese rötliche Farbe hier hat. Okay, und die Ebene könnt ihr natürlich immer wieder verschieben. Wir können das jetzt auch gerne hier stellen, aber ich würde das hier jetzt belassen. Sieht meiner Meinung nach schon mal ganz cool aus. Und man kann dasselbe auch natürlich auch andere Objekte anwenden. Das heißt, das muss jetzt nicht genau auf Holz sein, sondern du kannst einfach deinen Text rausschreiben oder dein Logo einfügen, wenn das jetzt auch auf transparentem Hintergrund ist. Dann kannst du einfach doppelklicken auf die Ebene und somit dann die abgeflachte Kante oder den Schatten nach innen einstellen. Somit bekommst du einfach einen sehr coolen Effekt vielleicht für deine Fotos oder wenn du deine, ja sag ich mal ein Banner für ein Facebook Titelbild oder sowas erstellen möchtest, dann kannst du sowas zum Beispiel ganz cool anwenden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und ich habe gerade eine coole Aktion am Laufen und zwar es gibt jetzt ein kostenloses E-Book von mir, in dem du ja erfährst, wie du in vier Schritten zu deinem eigenen Fotografiestil kommst. Das kannst du dir unten hier in der Beschreibung oder in den Kommentaren, schau einfach rein. Ich glaube in den Kommentaren kannst du das auf jeden Fall schauen und kostenlos runterladen, kannst dasselbe, kannst das mal selbst durchlesen und schauen ob du was cooles daraus findest. Gib auf jeden Fall einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass dir das Video gefallen hat und abonnieren nicht vergessen, es kommen zweimal die Woche coole Photoshop Tutorials, die dich weiterbringen in Bildbearbeitung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren, das Bild kannst du in der Beschreibung runterladen und wir sehen uns bei dem nächsten YouTube Video von Isotography. Bis zum nächsten Mal.